Hi Leute, ich bin's wieder, Esche. Heute, Folge 2, unserer One Piece Odyssey Reihe. Ja, was ist in der ersten Folge passiert? Kurzer Recap. Wir sind auf der Insel gelandet, haben unsere Fähigkeiten verloren. Ja, haben die Fähigkeiten wiedergefunden, müssen die jetzt wieder leveln. Ähm, ja, haben, wie man hier oben gerade sieht, Adio kennengelernt. Uns noch nicht so sicher sind, ist er jetzt auf unserer Seite oder er doch nicht. Auf jeden Fall hat er von einer Teufelsfrucht gegessen. Und, ähm, ja, wir haben gerade den Donnerkoloss besiegt. Und, ähm, ja, jetzt geht's weiter mit der zweiten Folge. Es ist sehr großartig, aber es ist das, wenn man hier wieder zurückkommt? Ja, das ist das. Und, ähm, wie kann man hier wieder zurückkommt? Also, ich habe auch die Kube zurückkommt, dass ich nicht wieder zurückkommt. Ah, ich habe auch die Kube zurückkommt. Ich habe keine Kube zurückkommt, aber es ist das, was ich nicht so gut. Ich denke, ich denke, ich denke, ich habe nicht mehr zurückkommt. Wenn man jetzt hier runtergeklettert hat. Wie kann ich mich jetzt hier feilen lassen? Ohne A. Ja, da wissen Bescheid. So, hier unter. Dann. So. Gut. Wir müssen jetzt zu Adios Haus wieder zurück. Wir müssen etwas Tempo. Mal gucken, wie es weitergeht. Ah, stimmt. Wir hatten noch gesehen, am Ende, dass... Oh, ich hab den wegzukloppen. Ähm, dass Smoker aufgeliefert. Da bin ich mal gespannt. Äh, kurze Frage ans Publikum. Okay, ich hab mich lauter gemacht. Das hört sich aber theoretisch, äh, eigentlich lauter an. Äh, so. Wir tauschen Ruffy mit Soko. Und hier können wir die Beine direkt wegkloppen, weil wir haben einen Angriffsbonus. Machen wir das Tatsumaki. Und kloppen wir direkt beide weg. Da reicht noch mal der Angriff. Wir sind jetzt aufgewärmt. Wow, wow, wow. So. Gut. Oh, guck mal, da haben wir einen Fähigkeitsbund. Ne, Ruffy kann mit. Oh, so war Ruffy. Auch schon vorher noch. Pistole. Komm. Bisschen weiter aufwärmen. so hier wo keine mehr da gut besser ist hier anscheinend doch nicht bier nachhauen die nutzung ich muss gucken was schauen das musik zu machen kurz das musik das 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 der 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 gerade der 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 die die kurze kloppen krieg meine mega energie apfel Ja, ich weiß, ob man das ist. Ähm, hier zurück. Was ist denn hier? Hier zurück. Ich muss den Zaubern aufnehmen. Ruhig dich. Ah. Na komm, wir greifen doch. Wieder auf Fresse wieder. Soll er kriegen. Ruhig dich. Mal für normal an. Dann fang Sanji auch mal wieder am Start. So, jetzt mal alle wieder aufgewärmt. Natürlich muss ich noch da oben laufen, ne? Ich bin der nächste wieder angeschissen. So. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich habe ihn nicht wirklich aufgewärmt, ne? Es wird auch nicht so gut. Ich habe ihn auch nicht zu schützen. Ich verstehe aber nicht. Ich bin der schlimmste. Wir müssen das auf den Rimm. Es gibt keine Chance. Wir suchen den Rimm. In der Rimm. Tja. Wo sind wir da oben? Aber gut, wahrscheinlich ist sie an diesem Grab, ne? Ich kann mir vorstellen. Jetzt war er da irgendwann im Wasser. Das ist natürlich gut, wenn man Gruffy spielt und die Sachen aus dem Boden schneller kriegt. Mit der, weiß nicht, Gunggu-Mand oder so, also, dass man weiter weg die holen kann. Die wird wahrscheinlich dann da oben sein, ne? Grab. Das Grab. Ja, weißt du doch. Ich weiß nicht. Ich denke, dass er für Waffeldo war. Es tut mir leid. Aber ich glaube, dass ich ihn noch nicht verletzen kann. Ich glaube, dass ich ihn nicht verletzen kann. Ich glaube, dass ich ihn nicht verletzen kann. Ich glaube, dass ich ihn nicht verletzen kann. Aber... Oh, ich bin hier, Rimm. Rimm. ich kann nicht das große, was ich in hübschen. Ich weiß oder was das wesentlich? Wenn du sie mit원 geholt habe? Ah... Rimm. Ich kann hier nicht alles. Ich werde dir das Geld bezahlen. Du musstest nicht Geld im Hübschen. Du musst sie geben. Wenn man so großartig ist, kann man sich nicht in der Natur entdecknen. Wenn man sich die Erinnerung und sich nicht mehr überprüft hat, dann kann man sich die Erinnerung nicht mehr aufhalten. Was bedeutet das? Ich denke, dass man direkt sehen kann. Ah! Was ist das? Ein Universum voller Würfel Zwischendimension Oh, löse das Rätsel des Würfels Wahrscheinlich müsste ich wieder sprechen, ja Ja, das ist ein Problem, das ist ein Problem. Okay, anscheinend müssen wir unsere Erinnerungen wieder durchleben. Oh, erweitert. Okay, wir haben aus mehr Sachen wieder aus, können wieder mehr auswählen. Wir haben mehr auf Lager, auf dem Kasten. Huh. Sie sagen, es war noch Basta. Erinnerungen an das Wüsteinkönigreich. Alla, Basta, Sta, Sta, Sta. Dann mal los. Das war's für heute. Oh man... Ich bin der Kürbüse, aber... Was ist das? Das ist das, was ich in der Kürbüse? Das ist das... Das ist das... Das ist das, was ich... Was ist das? Ich sage... Ich bin der Kürbüse... Aber ich bin der Kürbüse... Ja, das ist das... 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 Ich weiß nicht, aber... Ich bin der Kürbüse... Also... Wir sind im Memoria... Also, in Erinnerungen... Wo müssen wir immer wieder reinreden? Das ist das... 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 Auch mal die Fresse halten, danke... Also... Wir sind im Memoria... Also in unseren Erinnerungen... Aber... Wir sind nicht eins zu eins, wie wir sie erlebt haben... Weil man... Man kann sich erinnern... Immer schwammig... Aber man weiß nicht ganz genau... Laut... Lim... Also kann es sein, dass die Gegner... Nicht wie früher angreifen... Sondern... Vielleicht anders... Und stärker... Pipapo... Also... So geht's weiter... Was soll ich hier mitreden? Blablabla... Ich hab keinen Bock jetzt das zu lesen... Ich möchte jetzt kämpfen... Mit den Informationen... Dann gehen wir zum roten Pfeil... Rüberweizen... Hm... So... Wir gehen jetzt weiter... Ein bisschen nach vorne mitreden... Okay... Zimmer frei... Blablabla... Drei Tage... Oh... Ich möchte nur kämpfen... Nicht hier so... Diese... Nehmission... Kacke machen... Oder beziehungsweise... Das ist ja Hauptmission... Aber... Nehmission... Hier mal reden... Reden... Rechte kämpfen... Was ist der Weg? Ah... Kamil... Das ist doch sowas... War unwichtig... Wahrscheinlich schon irgendwo wichtig... Aber... Ich interesse jetzt gerade einfach nicht... Ich möchte mal kämpfen... Das ist doch... Weil, wenn ich jetzt nachdenken... Was bin ich? Ich glaube, noch einmal geschehen... Ich denke mal... Das haben wir ihm, als wäre. Ich nehme chasse... Kannst du auf jeden Fall... Und da the other, jetzt wäre esopegenn... Ich brauche... Okay... Eheh... 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 zu speichern. So. Oh. Oh. Gute alte Flying Lamb. Ja, die guten alten Zeiten. Hm. So. So. Wir müssen jetzt zurück, oder? Aber ich kann mir jetzt gleich auch mal endlich kämpfen. Das ist das Ding. Interessiert auch gar keinen. Mann, ich will kämpfen. Laufen und laufen. So, dann müssen wir hin. Das Tor ist versperrt. Ich will das nicht zerstören. Das interessiert auch keinen. Jetzt müssen wir zurücklaufen. Wir können über spielen. Ah, eine Katze. Ich kann nur wieder da runter springen. Doch. Wo kann ich das nicht nehmen? Oh, eine Truhe. Kleine Keule. Wieso kann ich hier nicht hinschießen? Naja, bestimmt. Später, genau. Wie da mit den... Den... Wie will er denn hier? Er leuchtet rot. Hm. Da muss ich Lust haben. Ah. Dann kann ich mir den auch da oben holen. Ah, ja. Wüstennüsse. Na ja. Wer weiß, wofür die noch gut sind, ne? Ja. Jetzt müssen wir hier langsprenden. Alles überhaupt auf dem richtigen Weg. Ja. So, erstmal Disrespect über den Doppelaufen. Okay, die wollen alle reden. Das ist wahrscheinlich alles noch überlangweilig. Irgendein Nonsens. Warum kann man hier nicht drüber springen? Fragen über Fragen. Ich hab mein Jojo verloren. Ich glaube, das kann man sich hier kämpfen endlich, oder? Du, 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 du. Du, 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 du. Ich glaube, du. Ich habe das recordedину für SBYyes undELS. Es hat auch montage mit einer Strahlung in R eyeslTenbruch. Mit einer Strahlung mit einem niederlanden �urang beyst. Dann wird das geblieben werden. Du bleibst Oktober150. Du glaube ich damals haben, finde ich alles gut. Ich habe eine ich nie zu dir. Aber ich sage diesem Ebenen, ich habe diese 3d-S來ber gearbeitet. Endlich kämpfen! Ja, Technik, also brauche ich... Da haben wir hier noch wen? Da hinten... Okay, anscheinend ist er nur alleine. Gut, Technik gegen Technik, also... Ah, jetzt haben wir... Ah, wir haben wieder mehr... Mehr Kraft... Äh, mehr Fähigkeiten. Dann probieren wir die Tigerfalle. Okay, er nimmt da keinen Schaden. Ah gut, er teilt aber auch nichts aus. Also... Äh, sich tauschen wie... Äh, sich tauschen wie... Boah, ich name wieder Lissop. Von den Fähigkeiten her... Beziehungsweise von der... Ja, unten links hier von den... Schnittsfähigkeiten... Äh... So, jetzt haben wir nämlich... Äh... Hier hat aber keinen Schaden so viel... Aber wir haben trotzdem an sich... Äh, keinen Vorteil... Ah, ist nicht so... Der Burner... Äh... Aber die probieren wir aus. Hier haben wir neue. Geh... Garo... Go-Gamon-no... Pletter! Hm. Hmm... Wir machen jetzt nicht so den Schaden, ne? ist nicht schwach aber macht mehr schaden weil wir machen das durch und anscheinend nicht um wichtig und für den ziel blutung zu wenig also weiß nicht so wenn auch wenn es zum markier ist auch noch mal auch noch nicht so viel fähigkeitspunkte doch noch gar nicht doch gar nicht doch gar nicht ich kann ja Ja, das ist der Fall. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Hm, ich bin jetzt hier. Boah, er geht immer noch nicht drauf. Oh, er geht immer noch nicht drauf. Da ist noch mal ein Angriff. Endlich mal wieder ein Kampf. So, das hast du davon, Ansaro. Wir gehen. Jetzt sind wir den ganzen... Ich bin jetzt zurück... ...laufen. ...kurz zwischenspeichern. ...dö, dö, 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 dö. Das ist noch mal K.O. Ich würde mich interessieren, ob auch andere schnell oder langsamer rennen. Sonst muss man nur den nehmen, der am schnellsten rennt. So, hier, mach die Tür auf, äh, das Tor auf, äh. Vitalapfel, ey, ich hab hier so viele Vitaläpfel, ja, Tasche, jetzt ist das Wort. Er schon wieder, ist hier, wie so eine Patrouille, konnte einfach nicht ein Ziel, äh. Klar, komm. Ja, ich komme jetzt an die Schweizer. Und, äh, hopp. Ähm. Was hab ich gesagt? Ach, scheiß drauf. Ja, lass uns das Tor öffnen. Ich möchte nur kämpfen. Ähm. Ah, hier haben wir noch ein Nest. So, wir müssen anscheinend hier rein. Immer sind hier am Reden. Was brauch ich denn? Was soll ich denn holen? Fleisch? Reicht das? Mal gucken, was ist hier unten. Hm. Oh, Kopfkirchen. Hm. Da sind wir dabei. Ei. Kau. Oi. Na. Ah. So, hol uns die Kopfkirchen da, dann können wir schön kämpfen. Oh, sie ist rot. Toll. Und speichern. Spannend. So. Was ist es hier? Amen. Ohh. そんな あんたを見…もしこいつを… おもしれ…その話 not… はははは。 じゃあ料理ができ… 行くぜ。 そうだな… え? うん。 いくつでも一つは… ありゃいい? さんでいしいるわ。 集めたら どうして… ここに戻ってきて。 キッチュ! じゃあ… Hier müssen Sandmuscheln gesammelt werden. Nö, hätte ich mal Kofke die, äh, Kofke, die hat mir angefangen. Finde die Sandmuscheln. Okay, da hinten sehen wir hier schon was. Ah, doch nicht. Ich mache jetzt Kofke mit Aken. Ein böser Bullbro. Ja. Hier komme ich wieder raus. Wir gucken, wo finden wir. Links. Okay, hier. Hier müssen wir finden. Äh, ja. Ähm. Jetzt hier rein. Da. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich will mich. Man, uns sind halt immer so Technik-Typen. Statt mal... ...die ich wegknallen kann einfach. mh... ...mh... 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 Zaro Das fahrt gut rein Da fahr ich mir direkt eine Bullet rein Ich lebe nicht drauf Okay, er macht nicht so tisch an Ja komm, wir probieren das erstmal Vielleicht wenn die Ohmacht Schon in Ohmacht gefallen Tauschen den mit Nami Da wir trotzdem da den Vorteil haben Hier verwenden wir Das Boah, oh Junge, der aber was hier eingefefert Ich hoffe, wir können nicht rein anfassen Er war gut Gerade von Nami, der ey, boah, der richtig eingefefert Keine Töne 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 Drei Millionen Kopfgeld Und ich krieg nur 30.000 Das ist... Doe Töne 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 Uuuuuh... So, oder? Ja, ja, ja... Däme, nicht wahr? Nein! Was ich möchte sagen? Na! Naami! Naa, naa... Naami-san! Ich wusste! Naja... Recht hat sie ja, ne? Mal gucken, ob man noch... noch mehr... Aufträge kriegt. Trotzdem auch immer wenig verdient da dran, ne? Aber... natürlich Bock. Ist noch so ein Kompas-Teil? Also wahrscheinlich zum Anfang, ne? Oder auch nicht... Oder auch nicht... Ja... Kämpfer gegen Kung-Fu-Robben. Ach, Kung-Fu-Robben. Ich dachte so Kung-Fu-Robbie oder so. Ach... Ach... So, mal kurz gucken, ob wir hier vielleicht, ähm... noch einen... Kopfbild-Auftrag finden. Denk mal nicht, aber... ich hätte Bock drauf. Oh... Oh, mehr! Ich frage jetzt mal, ob man den direkt... oder als zweites, der mehr... Berry-Wert ist, oder das Kopfgeld hat. Das müsste aber heißen, aber der ist schwerer. Oder die, die gleichviel sind. Irgendwie gucken wir uns erst mal die gleichvielen an. Müssen mich direkt alle annehmen, weil dann wollen wir nicht mal hier hinzocken. Oh... Überspringen kann man das auch nicht. Ja... Ja... Okay... Auftrag... Ich muss den... auch annehmen gleichzeitig. Okay... Okay... Jetzt müssen wir uns das hier erst mal wieder anschauen. Ah, siehste, man kann direkt alle annehmen. Sehr gut. Ich will nur das kurz hier so durchlaufen lassen, weil wir das ja eigentlich... überspringen können. Und dann, ähm... Ja... Haben wir die alle im Auft... in Auftrag. Und müssen hier nicht extra antanzen. Gucken wir auf die Karte. Wo der nächste Auftrag immer ist. Und jetzt los. Ah, mit dem... Der Dormteur vom Buggy. Oh... Ah, mit dem... Von dem Löwen. Genau, Löwen. Stimmt, diese eine Löwe da, ne? Ah, ja. Ich erinnere mich. Gut, jetzt haben die alle im Auftrag. Gehen wir hier raus und... Gucken wir erst mal auf die Karte. Und sehen niemanden. Gehen wir uns das? Ne. Das sind meine Aufträge. Irgendeine Karte. Wahrscheinlich muss ich... zur Haupt... äh... Hauptepisode. Oh. Da müssen wir uns wahrscheinlich kurz weitermachen. Ob sich irgendwie die Karte öffnet oder so. Hier sind welche von der Marine. Ah, siehste, so können wir nämlich kämpfen. Ich hab Lust zu kämpfen. Wie geht's denn? Hm, hier hab ich gegenüber einen Vorteil. Aber ich weiß nicht... Wie schwer da ist. Machen wir einfach mal eine Gum-Gum-Pistole raus. Gum-Gum-Gum-Pistole! Ah, hier bin ich schon... aufs Maul gekriegt. Ja, damit können wir wieder austauschen. Da kommt Sanji rein. Dann hier wieder unser Vorteil. Wobei... Ne, der hat auch Kraft. Der andere war nur... Tempo. Ja, er war Tempo. Wir müssen den tauschen mit... Sanji. Jetzt haben wir hier den Vorteil von Kraft gegen Tempo. Reicht nun mal der Angriff? Ich weiß nicht. Ach, da fahre ich hier mal auf. Das reicht wohl. Ich wollte hier so den Budget-Angriff machen. Mach ich auch mal den. Ja, erscheint. Du hast nur einen Begriff. Du hast nur einen Begriff. Alles klar. Du hast es nicht gereicht. Weiter geht's. Was ist noch hier? Was sagt der Papagei? Das hab ich mir gedacht. So Papageien immer. Ich denke, das würde man sagen. Aber... Tierärer ist auf jeden Fall an. Das ist sicher. Wer hat es nicht gemerkt, würde ich sagen. Ja, da nichts. Ich glaube, es unsere Kaffee nicht so. Ich glaube, das hat mich auch nicht vorstellen. Nein, war nee. D-d-d-d-d. Müsste nahe, 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 nahe. Ah. Ne? Hm. Hm. Ah, die ist ja wieder. Hier. Wir müssen uns beruhigen. Okay, wir müssen uns die Sassöre alles zerbauen. Hey, wir müssen nicht so viel abhängen. Wir müssen die Sassöre und die Sassöre sind nur einiges. Wird es zischenspeichern? Wir müssen auch viel verwenden, dann können wir ein bisschen aus Distanz agieren. Was soll ich denn hier eigentlich machen? Jetzt hat er mich eigentlich von Ihnen noch angreifen. Technik und Tempo. Wir haben gegen den Linken... Vorteile. Ähm... Technik. Müssen wir eigentlich tauschen. Hier auch wieder Technik. Äh... Hier wäre eigentlich gut, wenn wir wieder... Nami hätten. Schau gar nicht. Wie geht es? Genau. Ähm... Da hauen wir... ... den drauf. Das hat wohl nicht geholfen. Reicht hier normaler Angriff? Wir sind von der Fähigkeit gleich. Wollen wir hier mal für 10. Und da hat er einen drauf. Wie geht es? Wie geht es? Okay, die ist von Fähigkeit stärker als wir. So ist alles schwach. Trotz der Bazooka mal drauf kloppen. Wir gehen. Wir gehen! GOMGOMGOMU! BAZUKA! WURF! 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 lady gammert der tue man ja zwar so gehauen darauf eigentlich für kleine geht jetzt wahrscheinlich 50 punkte ausgegeben keine ahnung wie lange der warum dass wir auch ich meine anker freicht Was ist das? Eigentlich, das macht viel Schaden, ne, für 10... 10 Punkte? Schwach, die... ...sachen wir mal viel. Noch mal den. Da reicht nun mal Angriff wieder. Ah. Die wieder. Greif ich an, dann kriege ich an, wie wir den Vorteil. Na komm, ich wollte die angreifen, nur weil die da so komisch wegrennen. Hey, Kusaku! Hä? So. So. Der Vorteil gegen die, also setz ich hier meinen Tatsumaki ein. Und Klopp hoffentlich alle drei den Kuppern. Ja. 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 So. 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 Du hast sagst... 7000 mit ein vital apfel gut ist nicht so gelohnt kam ich her ich glaube ich kann von da wir wollen kämpfen ich bin gerade beschädigt wir kämpfen Technik jetzt brauchen wir Nami oh die haben wir ausgewählt ok die ist schon hier ich mach trotzdem mal nur die Hälfte an Schaden ich mach wieder mega Schaden dagegen vielleicht sollte ich hier mal mit Lüster probieren ne wir probieren den Hammer ist leider nicht der wo früher der Hammer da steht so 2 Tonnen oder so und da nichts drin ist und wieder Oni 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 train tauschen und Zorro so weil hier kann ich jetzt mit dem mal wieder drauf fahren er geht drauf hier wäre ich hier ein Zyklon oder hier mach ich den drauf train ta f r 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 so gucken wo komme ich hin noch ein ok da ist eine truhe hinter ok da müssen wir ok Lusop ist gut hier gegen den wieder aber andererseits weil ich da viel viel ähm da brauche ich vier punkte mit ne oh nicht geschallert gucken zauber haben wir gegen die beiden ich glaube ich tausche so gegen raffi da kann ich auf jeden fall den die pflanze hier vorne weg kloppen mit die pistole reich warte mal warum ist er schwach dagegen ich bin ja ich hab doch vorteil gegenüber tempo also wahrscheinlich weil der dabei stehen ist es noch platt ist es noch platt verfeert Hahaha Vielleicht hat sich das jetzt gelohnt Bale an, Krokodil, Pastete Super Uh, ja Ja Na gucken, sieht überhaupt die Karte hier aus Okay, wir sind von Von Da gekommen, gehen nach da und da und da Also ich meine, wir könnten jetzt weitermachen Mit dieser Suppe und so, aber ich würde es hier schon gerne Kommen wir nicht weiter Jetzt gehen wir jetzt kurz hier speichern Und dann machen wir diese Suppe Da 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 Dann würd mich interessieren, ob wir hier noch irgendwann die Kopfgelder haben. Ja wahrscheinlich müssen wir erstmal die Suppe machen. Geh ich mal von aus. Hat was ge... ...linkt. Jetzt können wir hier die Suppe machen. Mit dem Chef sprechen. Kleidung wechseln. Ah nein. Wow. Oh. Alte Nami. Das sieht natürlich besser aus. Sanji sieht eigentlich immer so aus. Nein. Ja den nehmen wir auch wieder. Ja den nehmen wir auch wieder. Aber mit welchem Schiff reden? So als wir jetzt mit dem Chef sprechen. Oh. Udega nalna. Hm. Sicherstellen. Ah. Ah. Oh. 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 Ja ja die so viel so gut. Ja ja die so viel so gut. Hm. Hm? Ese! Ich hab's ja nicht... Oh, ja. Da... Na. So, dann, Sanji! Ah, na. Patkoski, Ese... Die Schreie der Gewaltmann her W生f war ein Spiel und war der beste Spieler. Er hatte der Bordeaux im Vierge-Halang, als der Bordeaux-T Tang. Er war die Karte gegen die Schwaben-innenge-Halang. Also, es war gut. Verkommen, Sanzi. Oh! Jetzt ist es endlich. Okay, alle! Die Schmerzen? Ja, das stimmt. Die Schmerzen werden nicht übernommen. Anscheinend wird in den Cutscenes die Kleidung nicht übernommen, also wechsle ich die wieder zurück. Das ist blöd. Ich muss mal kurz Lysop 1 scharfschützenkönig sehen. Boah, den lasse ich so. Das ist so. Ich muss die aber zurück wechseln, das ist so blöd. Wie man in die Cutscenen die dann wieder zum Mal sieht. Oster Lysop, den lasse ich so. Speichern. Schade, dass man nicht als Ace spielen kann. So, dann müssen wir rechts lang. Also jetzt können wir wahrscheinlich dann da in der Wüste weiter, wo wir gerade nicht weiter durften. Ja, vielleicht finden wir dann irgendwo die Kopfgilder, die wir machen können. Also können wir uns jetzt hier in den Kurschen. Also können wir uns hier in den Kurschen. Das ist ein Kurschen. Also können wir uns hier in der Kurschen. Ich weiß nicht, was ich hier in der Nähe von Kajino ist. Okay, anscheinend, dass wir eine Party werfen. Ja, das ist nichts mehr. Hey, jetzt steht er auf einmal so da. Was gibt's denn hier? Ach doch. Ach so. Na klar, warum nicht? Und hier, was ich? Ich habe eine Schleuchung. Ich habe eine spezielle Schleuchung. Oh, ich habe einen Schleuchung. Ich habe einen Schleuchung. Wir müssen da links. Ich würde auch interessieren, was rechts ist. Also geradeaus. Also gehen wir einfach da lang. Wir müssen wahrscheinlich wieder Schopper langlaufen. Keiner kann in die Hocke gehen oder kriechen. So, jetzt habe ich ein anderes Wort. Ähm, wir haben den Vorteil mit... So. So. Ah. So. 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 one. So. 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 was ist das so so renner tori kono pink no tori war navi bar kono sagino mai oino georg der ich bin hier so ein vogel gesehen hier hab ich doch schon gesammelt ja 3 stück oder so hab ich schon gesammelt 10 stück sammeln da oben ist auch noch eine ist der weg werf nicht jetzt kommt man da nicht durch wüsste nüsse ach 5 habe ich sogar schon das nächste nest das nächste nest die nächste nüsse eben damit ähm was ist das denn achso ja gucken wo haben wir die nüsse ah da hinten ah sogar 2 3 oh ist ja missvoll ey nehmen wir den mit 8 8 stück haben wir also was kannst du denn auch an das sind jaja würfel jetzt haben wir jetzt haben wir einen 9 ah davon haben wir noch einen haben wir auch noch einen an nummer 10 so ich muss mal kurz gucken was diese robben wollen hier ach so siehst du so kriegt man das 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 ist das 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 hat so kurz geregelt sonst müssen wir jetzt ein papagei ich würde gerne eigentlich so kopfgeldjäger sachen machen das ist links rum hier wer mit oh hier sind noch mehr ja ich doch mit besser haben als brauchen wir laufen und laufen so wir haben die nüsse gebracht so das haben wir auch so wahrscheinlich müssen wir da rüber laufen die wüste ne ok also jetzt hier dann kommen wir hoffentlich da drüben weiter ja jetzt gucken äh ja da oben rechts oh hier liegt auch noch was im sand versteckt wo ist spinne kurz speichern und ich habe jetzt keinen bock zu kämpfen auch wenn ich kämpfen will aber ist nervig er ist schon wieder rot so 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 guck mal ob hier nicht vielleicht noch was rum liegt ok 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 so irgendetwas wird da da sein sorry ja ohne gierig bauen wir dann mal aus ist eigentlich ganz gut billig aber macht gut Schaden und hier rennen wir einfach mal weiter und hier rennen wir einfach mal weiter und hier rennen wir einfach mal weiter auch noch mal weiter vor die 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 kann man nicht kaputt schlagen äh, kann man hier noch was mitmachen hm noch ein für Zorro ähm okay, da kann man eh nix machen ah, die ist relativ teuer, ne ist teuer aber macht auch gut Schaden gleich viel Schaden ich glaube, ich mache aber das mal mit hm müssen wir jetzt hier wo lang laufen, der Vogel ist da durch 20 wieder was ist das im Boden, das nehmen wir mit aber trotzdem immer, man muss sich hier immer so umgucken nicht, dass hier auf einmal noch ein Fragment ist, was ich nicht was ich übersehen habe hier lang hm wir müssen da lang aber ich würde auch interessieren, was hier so bei ach so, da kommen wir wieder komplett zurück na gut das ist dann hm was für eine andere Folge die nächste Folge das abspeich ich mal kurz und ich würde sagen das war es erstmal wieder mit der zweiten Folge zu One Piece Odyssey wir haben einiges erlebt beziehungsweise sind gut weitergekommen sind momentan in Alabastern und dann sage ich wieder schon und reingehauen bis zur nächsten Folge haut da rein